Schiebt man mich jetzt? Hallo, ich bin die Valentina und heute werde ich mich bei euch bedanken. Zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt dieses Video mache, sind wir auf meinem Kanal 612 Abonnenten. Blödsinn. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video mache, sind wir auf meinem Kanal 6212 Abonnenten. Das ist so eine große Zahl und das ist die Bella. Hallo, bist du da runter, gell? Das ist so eine große Zahl und ich möchte mich bei euch bedanken einfach für das Abonnieren und für das Schauen meiner Videos. Und dass ich so viele liebe Kommentare lesen kann und ich bin einfach sprachlos und freue mich wirklich sehr, auch noch auf 2017 und was alles kommen wird. Ich habe so viel geplant und mein Kopf explodiert vor Ideen. Ich bin sehr gespannt, wie ich sie umsetzen werde und ob es euch gefallen wird. Und ja, das ist die Coco. Magst du auch Coco? Tada, und das ist die Coco. Sie will auch das Video. Ein Weg, wie ich mich bei euch bedanken möchte, ist, indem ich etwas verlose. Und bei der letzten Verlosung, ups, bei meiner letzten Verlosung sind die Inspiracelets so gut bei euch angekommen. Und zwar diese hier. Und ich habe die Nina von Via Nina gefragt und sie stellt mir nochmal zwei Inspiracelets zur Verfügung. Einmal Stay Strong, weil das passt, glaube ich, recht gut zu mir. Und das zweite ist Wanderlust. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr auch noch in ein paar andere Länder komme. Es wird bald ein Paris-Vlog folgen. Also von dem her passt das auch recht gut. Und zwar könnt ihr auf ihre Homepage gehen, die werde ich hier einblenden und euch sogar aussuchen, ob ihr Stay Strong oder Wanderlust gewinnen möchtet und dann noch die beliebige Bandfarbe. Weil es gibt unterschiedliche Farben von diesen Bändern. Und ihr könnt einfach unten in den Kommentaren dazu schreiben, welches Inspiracelet ihr gewinnen wollt plus welche Farbe das Band haben soll. Ich werde in zwei Wochen auslosen, wer von euch, also welche zwei von euch, welche zwei von euch die Bänder gewonnen haben. Und hoffe natürlich sehr, dass ihr euch darüber freut. Ja, falls ihr noch spezielle Video-Wünsche habt, dann haut sie mich in die Kommentare runter, damit ich besser auf eure Wünsche eingehen kann und auch weiß, okay, was wollt ihr denn eigentlich sehen. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mein Hund hat genießt. Ich hoffe, wir werden noch ganz viel Spaß auf meinem Kanal haben und dass ihr mich noch lange begleiten werdet und dass ich euch mit meinen Videos auch unterhalten kann und euch vielleicht sogar glücklich machen kann. Und ja, lächeln nicht vergessen und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss! Habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte? Ich habe sicher was vergessen. Ich glaube schon. Wallet out. Kuckuck! Kuckuck! Kuckuck ist jetzt heute Star! Huh? Suki Bella will auch. Bella ist auch ein Star! Mhhh. Du magst das ja gar nicht so. Mhhh. 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 Und ja, beziehungsweise wer die glück, glücklich, blablablablablablAha und ja. Haben we khalme沒 Nase gehabt. Mhhhhh. Bis zum nächsten Mal.